Ähm, jetzt könnten wir unser Haus fertig bauen. Aufnahme läuft noch, stimmt das? Ja. Ähm. Machen wir zuerst mal schnell den Eingang. Ich hoffe das ist gut. Oder bräuchte ich da noch ein Gut? Bääms. Naja, das... Naja, ok. So, kann ich da noch irgendwas... Nein, ich will es nicht zerstören. So hässlich finde ich es jetzt auch nicht. Es ist nicht schön, aber... Naja. Also was brauchen wir? Wir brauchen glaube ich Fetsch und Wut brauchen wir auch schon wieder bald einmal. Also... Hauen wir mal Bäume zusammen. Ohm Gott, nochmal eine. Ohm Gott, nochmal eine. Und das langt jetzt. Jetzt machen wir nochmal... Fetschi, Fetschi, Fetschi. Ne, alles klar. Ohhhh. Du schmiert uns doch tatsächlich und sie... Ich könnte die echt nicht reparieren, oder? Drift-Item. Machen wir einfach eine neue... Reparieren lernen wir später. Das lernen wir später sicher noch. Was? Nein! Gut, machen wir zwei. Scheisse. Äh... Seid mir nicht so jetzt... Zwei... Crafting-Rezepten sind nicht da, so wie ich vorstelle. Fetschi... Ich habe mal gesehen, ob es ist gespoilt. So, das alles wieder etwas für etwas länger. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr denken, ob wir craften. Wie viel Wand brauchen wir noch? Sachstücke überschlagsmäßig. Ich fand's, das kann man ja nicht machen, oder? Oder... Gibt's das noch? Ne, ich fand's ein Luxus. 1... 1... 2... 3... 4... 5... Wir können währenddessen sogar noch weiterhauen. Also alles bestens. Wir sind ein bisschen langsam. Ein bisschen sehr langsam. Ah, jetzt sind wir böse, böse Viecher. Was? 4 Schläge, ganze Baum weg. Die sind ineffizient, das bringt es nicht. Die sehen zu schön aus und bringen zu wenig anstatt dass es sich lohnt die Kapurz machen. Was? Nein! Halt! Ok, und die Map. Inventar. Achso. Inventar. Nein, ist der Rest uns schon weggefüllt? Mist. Oh shit, das Lagerfühl. Ok. Ach, brennt das Zeugert schon an wenn ich das zu lange lasse? Ja, jetzt renne ich schon wieder, ich weiss es. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, und das ganze Holz ist schon durchbrannt. Richtig. Ok, ein bisschen schnupps. Achtung. Nein, nein, nein. Brauchen wir es nicht. Also setzen wir mal die Wand. Hä? Äh. Ah. Ich habe vorher die Grafik einfach noch nicht nachgeladen. Jetzt. So wird es schon schöner. So, eine fällt noch und ich kann sie nicht machen, weil... Fiber. Natürlich, ich gebe mal Fiber. 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 Okay, jetzt ist es stabil. Ey. 38, gar nicht schlecht. 38 FPS. Hallo. Fiber. So, ich will Fiber. So, ich will Fiber. Oh, alle unsere Beere gehen kaputt. Nanananananana. So. So, ich mache jetzt schon mal auf Vorrat, weil wir brauchen für das Dach ja auch noch. Und der wird ja nicht schlecht. Im Vergleich zu einem anderen in dem Spiel, wo man irgendwie kann sammeln, wird Fiber nicht schlecht. So. 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 Und weil wir es können, haben wir uns noch Papiere rein. Weil wir es können. So. 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 Und was ich zuerst auch noch mache. Ich mache es sehr steuer. Also sicher. Hi. Du steuerst. So. So. Unglaublich. Schon wieder nicht. Inventar wäre hier so viel. Checken wir das mal ab. So. Wie funktioniert das da? Hallo? Autsch. Ich komme jetzt da selber nicht rein oder was? Open. So. 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 Alright. Doch, das funktioniert. Es funktioniert eben Menge. Gut. blessings ochtónes Dach als Beispiel. Ja. Muss mir halt zu klein sein aber im grossen und ganzen funktioniert es. Jetzt bräuchten wir noch so eine Wand. Es liegt aber auch immer an Fetsch. Das reicht auch noch nicht. Okay. Die Wand machen wir schon mal rein. Und klopp. Die Tür sieht man fast nicht. Jetzt wird es praktischer. Und erst wenn wir den ganzen Strand abgeholzt haben, sind wir zufrieden. Ja, wir werden dann noch mehr Fiber buchen. Also. Äh, der hat einen Fiber. Fiber-b-b-b-b-b-b-b-b-b-i-bo. Ich köm wohl ein Bier ist von dene Dingern. Hey, ich will Fiber! Es ist nicht so, was ich falsch mache, echt. Und es fängt an zu regnen, naja es windet auch schon ziemlich stürmisch, wenn man die Palmen so anschaut. Gut, wir mit unserer Frisur holen uns das ja egal, es soll noch regnen. Superkast-Level plus 5. So, jetzt machen wir mal kurz. Äh, Holz. Gut, Holz. Geplänkel. Let's go crafting. Und griften. Ich glaube es nicht in meinem eigenen Haus. Alte. Geh weg. Geh weg. Nein, hässlich echt. Zack. Und. Zack. Und. So. Und wir werden nie mehr nass. Also. Wenn ich da zu mache. Im Hins flippt hell. Schön. Und unsere erste kleine Wohnung. Geh weg. Was ist da noch dabei? Rename sleeping bag. Strand. Hütte. 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 Sehr gut. Access inventory. Hütte. Den Rest weiss ich nicht so genau, was ich damit machen soll, aber. Also ich würde sagen, machen wir Dinosaurierjagd, bevor es ganz dunkel wird, dann jagen wir noch ein paar. In diesem Regen ist die Sicht natürlich nicht gerade besser. Du, 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 du. Okay, du hast jetzt vorher noch ein schönes Paarchen von denen. Die sind jetzt auch weg. Wir wollen mal etwas essen. Dort hinten hätte ich noch einen. So kalt ist jetzt auch nicht, Herr Kollege. Ja, na komm jetzt. Offenbar ist es so kalt. Okay, kann man uns, haben wir leider. Natürlich nicht. Misch, es geht um sie Hilfe einfach so schar, aber ohne dass wir mit einem kämpfen. Ja komm jetzt, okay, ich stand nebenher unter. Wie reicht das jetzt? Ich glaube, wir sterben jetzt in der anderen Referierung. Hey, wir rennen, das geht doch warm. Also mir geht es immer warm. Okay, okay, schnelles Feuer machen, schnelles Feuer machen. So. Und jetzt wird ja auch wenig so unter 6, das ist ... Lamm, namm, 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 Fleisch. 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 Wir wollen den Regen mentalen, ich glaube, können wir uns ... Nein, alles zu Türen. Nein, alles zu Türen. Okay. Alle drei EP ist aber auch voll teuer. Okay. 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 Bei uns. Also wenn ich so eine Leage, müsste ich schon ... Erstens bräuchte ich entweder viel mehr Speer. Oder irgendeine andere Waffe, die ein bisschen effektiver ist. Genau, jetzt hat der Reg natürlich auch aufgehört. Jetzt schwimmt irgendetwas. Todos haben wir, glaube ich, schon lange keine mehr in unserer Region. Die haben sich wahrscheinlich alle geflüchtet, die nehmen. Oh, dann haben sie gedacht, ja, so war es auch mit solchen. Es ist immer noch kalt. Okay. Dann gehen wir ... Gehen wir mal ... Können wir schlafen? Oder brauchen wir hier das Bett? Schlafen kann man nicht, das ist ja auch schön. Ja, dann warten wir einfach, bis irgendetwas passiert. Kollege. Das Lagerfühl ist viel zu weit weg vom Haus. Kann ich das wegnehmen? Nein, natürlich nicht. Na ja, ist egal. Das ist nicht mehr so. Dass wir es zu warm haben. Halb, halb. So. So. Oh ja. So richtig. Oh ja. So richtig. Oh ja. Uh, da muss man jetzt etwas aufwärmen. Heisst das, wir können jetzt nichts machen in der Nacht, oder was? Heisst das, wir können jetzt nichts machen in der Nacht, oder was? Wie heisst das? Vier. Parasaur. To ride it in style. Was ist denn ein Parasaurus? Bist du ein Parasaurus? Wie heisst das? Wie heisst das? Wie heisst das? Wie heisst das? Was war das für ein Sattel, das wir durch an den Craft? Ich habe noch irgendein mal einen gesehen. Ah, da ist eben viel auch mir ein Sattel, sage ich ja. Wir brauchen nur noch EP. Und zwar noch 27. Hm. Und die nächste Hungersnot kommt. Ich sehe es. Ja, eben. Also suchen wir etwas Essbares. Something Essbares. Ist schon irgendjemand etwas? Ach, man kann Angst in Tyler anzugreifen. Was machen wir? Andererseits ist die Verhungerung, aber dann sind wir auch tot. Die Lagerführer habe ich auch schon wieder vergessen. Wir können einfach mal schnell unser Inventar da reinhauen, dass wir das Ziel nicht alles verlieren. Just in case. Das Ziel ist jetzt etwas wichtiger. Das auch. Das ist nicht so wichtig. Das auch nicht. Das auch nicht. Weiss nicht mehr was das ist. Das ist praktisch. Und der Rest ist uns. Hey, ich würde gerne... Okay. Jetzt kriegt man einfach so eines Tyler an. Hier. Nein, war es die reine nur weg. Hey, hey, hey. Halt. Halt. Ein bisschen schnell. Nein. Okay. Ich denke, wir gehen zurück und legen uns zum Sterben nieder. Oh, ein Hungertod. Jetzt kennen wir ja. Kann man irgendwie fallen? Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe auf. Ja, unsere Erschöpfungskarde ist sowieso. Oh, komm jetzt. Bleib schneller. Hm. Wir werden sterben. Ich habe den Mond lang so schön scheinen. Wir sterben trotzdem. Ist das unser Atem g'si? Wir grad so... Na ja, was mache ich denn jetzt? Ich denke mal, Tod ist uns wirklich. Dann spät ja noch Platz. So. Wie wurde der Straschewa gewerfen? Dann machen wir es so. Okay, sterb. Los, sterb. Okay, sterb. Ah. Naja, das ist halt... viel zu schnell hungrig in dem Spiel. Okay, let's find something to eat. Alter, das ist auch knackig. Wir werden viel zu schnell hungrig in dem Spiel. Kommen wir auf irgendeinen von den Steinen rauf. Not enough stamina to jump. Yes. So weit sind wir also schon.